Musik Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem Magazin SPIRIT. Auf Pilgerreise zu gehen, liegt im Trend der Zeit. Besonders populär geworden ist in den vergangenen Jahren die Wallfahrt auf dem Jakobsweg. Eine der berühmtesten Wallfahrtskirchen in Deutschland ist die Wieskirche in Oberbayern. Dort zählt man etwa eine Million Besucher pro Jahr. Allerdings sind das nicht alles Pilger. Wallfahrtspfarrer an der Wieskirche ist Monsignore Gottfried Fellner. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Monsignore Fellner. Herzlich willkommen auch an alle Zuschauer. Die Wieskirche ist eine bedeutende Wallfahrtskirche, eine berühmte Wallfahrtskirche. Sie ist künstlerisch besonders hübsch ausgestattet, künstlerisch wertvoll könnte man sagen. Ich glaube seit 1983 gehört sie auch zum Weltkulturerbe. Aber wie wird man Wallfahrtspfarrer an solch einer berühmten Kirche? Wie wird man? Durch die Beauftragung des Bischofs. Nach meinem Vorgänger, Prelat Georg Kirchmeier, der in Pension gegangen ist, wurde ich beauftragt, diese Wallfahrt zu übernehmen. Und ich habe das gerne getan. Vorher war ich jahrzehntelang in Dillingen an der Basilika St. Peter und am Johann Michael Seiler Gymnasium als Religionslehrer. Und darum habe ich mir gedacht, ist das noch eine ganz besondere Herausforderung in meinem allmählichen Ruhestandsalter. Es ist allerdings kein Ruhestand, das muss man dazu sagen. Das kann ich mir vorstellen. Vorhin habe ich schon erwähnt, eine Million Pilger kommen jedes Jahr. Aber darunter sind sicherlich auch viele Touristen, oder? In der Überzahl sind es Touristen. Es sind natürlich auch sehr viele Pilgergruppen. Es sind so im Jahr so 250 Pilgergruppen, die kommen. Und es kommen natürlich sehr viele Einzelpilger und sehr viele Tagespilger, Tageswallfahrer. Das Wort Pilgern ist ja eigentlich ein altes Wort, das aus dem Lateinischen kommt, Peregrinus. Und damit war eigentlich der, ja, der unterwegs ist, der Ausländer heißt es eigentlich, der Fremde. Und im 8. Jahrhundert schon hat man in Rom die Pilger, die nach Rom gekommen sind, Peregrini genannt. Also Pilger, die an die Städten der Gräber der Apostel gegangen sind. Und daraus wurde dann natürlich auch die Wallfahrer, Wallen steht noch drin in dem Wort, aufwallen, aufbrechen, das ist damit gemeint. Einer der berühmtesten Pilgerwege heutzutage ist der Jakobsweg. Da gibt es ein ganzes Wegenetz, das durch ganz Europa geht. Und eine Pilgerroute führt meines Wissens auch an der Wieskirche vorbei. Kommen Jakobspilger zu Ihnen und machen dort Station? Ja, sehr viele eigentlich. Und die holen sich alle ihren Pilgerstempel ab, sodass wir im Postkasten ein eigenes Kästchen eingerichtet haben mit einem Pilgerstempel. Und es kommen eigentlich relativ viele Jakobspilger, die vor allem von München herkommen und dann über den Bodensee Richtung Schweiz nach Frankreich und über die Pyrenäen nach Santiago gehen. Ein berühmter Jakobspilger war oder auch ist H.P. Kerkeling. Er hat ein Buch geschrieben über seine Pilgerreise auf dem Jakobsweg. Es war meines Wissens eines der erfolgreichsten Sachbücher, die jemals in der Bundesrepublik erschienen sind. Und hat das auch dazu beigetragen, dass das Pilgern so populär geworden ist? Kann ich mir vorstellen. Allerdings hat es nicht allzu sehr einen religiösen Hintergrund. Ja, also das Pilgern ist heute fast eine Modeerscheinung geworden. Der Jakobspilgerweg in Spanien ist ja total überlaufen, wie man weiß. Und ich glaube auch, dass diese Modeerscheinung etwas zu tun hat, dass der Mensch ausbrechen will aus seinem bisherigen Alltag. Und er braucht einfach einmal die Ruhe, die Stille des Unterwegsseins, des Nachdenkenkönnens. Das hat jetzt noch nicht allzu viel mit unserem christlichen Verständnis von Wallfahren zu tun. Aber es hat dazu beigetragen, dass die Pilgerschaft in unserer Gesellschaft sehr, sehr populär geworden ist. Und das auch unter Christen. Aber es gibt halt diesen Widerspruch, dass sonntags die Kirchen eigentlich immer leerer werden, aber die Wallfahrtsorte immer noch gut besucht sind. Wie erklären Sie sich diesen Widerspruch? Ich denke schon, dass es heute viele Menschen gibt, die sich am Sonntag zum Beispiel ein Geschenk machen wollen. Und die fahren dann irgendwo hin, wo es schön ist oder wo sie irgendwo noch etwas von ihrem religiösen Hintergrund spüren. Und das sind Wallfahrtsorte natürlich sehr gute Anlaufstellen, weil sie irgendwie spüren, das sind heilige Orte. Das sind Orte, an denen man ein bisschen nachdenklicher wird oder Orte, an denen man sich wieder gutes Brot holt für den Alltag. Und darum kommen auch sehr viele Menschen an die Wallfahrtsorte, weil sie die Wallfahrtsorte auch erleben als gute Orte, an denen das Wort Gottes leidenschaftlich vielfach verkündet wird oder auch Orte, an denen zu Herzen gehende Gottesdienste gefeiert werden oder wo sie wirklich auch ihre Bitten, ihre Sorgen, ihre Nöte beim Wiesheiland oder in Marienwallfahrtsorten oder auch in heiligen Wallfahrtsorten ablegen können. Das finde ich nicht schlecht, weil das irgendwo, diese Wallfahrten zu Maria oder zu den Heiligen, das ist so ein Stück Vertrauen auf die Mittlerschaft Mariens oder der Heiligen. Letztendlich geht es natürlich immer um den barmherzigen Gott, dem ich begegnen möchte. Sie haben schon angedeutet, dass es manchmal auch um die Nöte der Menschen geht, um die Lebensprobleme, die sie haben, wo sie sich vielleicht eine Linderung erhoffen oder vielleicht auch konkrete Hilfe erhoffen. Wie ist denn eigentlich die Wallfahrt zum gegeißelten Heiland auf der Wies, so heißt es richtig, wie ist denn diese Wallfahrt entstanden? Das geht zurück in die Mitte oder in die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts. Die Wies, das ist ein Ortsname, den man verwendet hat, vielfach verwendet hat, für eine Fläche mitten in einer Einöde. Und die Wies liegt ja, die Wieskirche liegt ja in dieser Einöde, in diesem Hochmoor auf etwa 860, 900 Metern. Und das war eine urbar gemachte Stelle. Und diese Wieskirche hat natürlich zu tun mit dem Kloster der Bremonstratenser in Steingaden, die seit 1160 schon etwa in Steingaden angesiedelt waren. Und diese Mönche haben natürlich den Namen Bratum. Und Wiese heißt Bratum im Lateinischen und dieses Wort Bremonstratenser hat ja mit diesem Wort zu tun. Und das hängt zusammen, dass der Gründer der Bremonstratenser, der heilige Norbert, in Südfrankreich einen Ort, einen ganz abgelegenen Ort gesucht hat, wo er so eine Art Mutterhaus oder ein Zentrum für seine Mönchgemeinschaft suchen wollte. Und er traf in einer völlig unvor, wie sagt man, eine sehr unwirtliche Gegend, traf er in einer Vision auf Jesus, den Gekreuzigten, der sich ihm heruntergebeugt hat. Und das war für ihn der Ort, wo er dieses Prémontré, ja, diesen Ort gegründet hat. Und daraus wurden dann später die Bremonstratenser. Und die Äbte von Steingaden haben diese Wies da oben auch so als zweite Wies, als zweites Prémontré verstanden, weil eben da der Wies Heiland, der gegeißelte Heiland seinen Ort gefunden hat. Das hängt zusammen mit der Geschichte, dass im Jahre, ja, was heißt, um 1700, 1730 wurden in den Klöstern ja auch solche Karfreitagsprozessionen abgehalten, unter anderem auch in Steingaden. Und da hat man die Figuren der Passionsberichte der Evangelisten mitgenommen, plastisch mitgenommen, die Leute konnten nicht lesen und schreiben, aber man hat sie mitgenommen als Anschauungsobjekt, unter anderem auch diesen gegeißelten Heiland auf der Wies, der dann später das Zentrum dieser Wallfahrtskirche geworden ist. Und diese Skulptur, diese Holzfigur gibt es bis heute? Es ist keine Holzfigur. Man muss da die Leute enttäuschen. Die Figur ist aus Pappmaschee, aus Draht, aus Leim und Farbe, aus allem möglichen Zeug, wie es in der Chronik heißt, zusammengesetzt. Und weil die eben nicht sehr besonders schön war oder kunstvoll war, hat man sie abgelegt auf dem Dachboden des Klosterbreus und dort ist sie in Vergessenheit geraten. Und dort hat sie die Bäuerin Maria Lohri, eine Bäuerin aus der Wies, hat sie entdeckt und hat sie erbettelt von ihrem Vetter. Und sie hat sie am 4. Mai 1738 in ihren Hof in die Wies bringen lassen. Und da ist ja dann dieses berühmte Tränenwunder geschehen. Und was hat es damit auf sich? Am 14. Juni 1738 entdeckte die Familie Lohri im Gesicht dieses gegeißelten Heilandes Tränen, die nicht mehr aufhörten. Sie sind dann gleich hinuntergelaufen zum Abt, der kam dann auch herauf, hat das bestätigt, wollte aber der Wundersucht der Leute nicht Vorschub leisten, sondern hat angeordnet, man müsse diese Figur untersuchen und man holte auch diesen berühmtesten damaligen Naturwissenschaftler und Theologen Bayerns, Pater Eusebius Amort aus dem nahegelegenen Kloster der Augustiner in Polling bei Weilheim, eine Tarsilo-Gründung. Und der kam und untersuchte die Figur lang und breit und stellte dann lapidar fest, als aufgeklärter Zeitgenoss, ich kann diese Geschichte nicht als Wunder bestätigen, kann aber auch nicht sagen, dass es keines ist. Ich habe ihm und sage immer den Pilgern, wenn es kein Wunder war, dann ist es wunderbar, dass sich um diese Figur so eine weltberühmte Kirche entwickelt hat und vor allem auch eine Wallfahrtsbewegung, die ganz Europa umfasst hat. Nun kann man aber auch lesen in den Chroniken der Geschichte, dass es damals wohl auch Gebetserhörungen gegeben haben soll, die eben auch zu einem großen Zulauf geführt haben. Wie glaubwürdig sind denn solche Berichte? Solche Guttaten, die Mönche haben nie von Wundern gesprochen, das finde ich großartig. Die haben nie von Wundern gesprochen, sondern immer von Guttaten. Von Dingen, die den Menschen gut getan haben und die sind auch dokumentiert in den sogenannten Verkündzetteln. Da gibt es also Tausende und Abertausende bis zum heutigen Tag. Die sammeln wir alle und die werden auch als Dokumente für die Frömmigkeit der Menschen der jeweiligen Zeit auch ausgewertet bzw. verstanden. Diese Zettel, die sind eine eigene Geschichte. Aber das ist natürlich auch wieder eine ganz besondere Geschichte, das jeweilig betrifft.